Mittwoch, der 15. November 2017. Es ist 18.25 Uhr. Zeit für die Ziehung der Lottozahlen. Heute im Studio Chris Fleischhauer. Willkommen an diesem Mittwochabend. Schön, dass Sie bei der Ziehung wieder mit dabei sind. Live dabei zu sein, auch wenn es nur vor dem Bildschirm ist, ist ja dann doch etwas spannender, als sich dann irgendwo die Zahlen vorlesen zu lassen. Und spannend wird es auch heute wieder, auch wenn unser 17 Millionen Euro Jackpot am Samstag uns verlassen hat. Ja, Kugeln und Ziehungsgeräte sind natürlich wie immer im Vorfeld schon ordnungsgemäß überprüft und startklar. Somit kann es für heute losgehen. Ich drücke die Daumen Ihnen allen jetzt. Viel Glück. Wie gesagt, der Jackpot ist weg. 17.830.560,90 Euro. So viel war drin in unserem Jackpot. Und jetzt gehört genau dieser Batzen Geld einem Spieler aus Nordrhein-Westfalen. Er hatte die sechs richtigen inklusive Superzahl. Glückwunsch dazu. Und hier die erste Glückszahl für heute. Die sechs. Ja, nachdem der Jackpot ja nun geknackt wurde, starten wir heute wieder etwas gemütlicher in der obersten Gewinnklasse von sechs aus 9.40. wartet rund eine Million Euro. Und das ist ja auch jede Menge Geld. Und so vor Weihnachten ja auch nicht schlecht. Mit der 23 geht es weiter. Ebenfalls etwas mehr als eine Million Euro wartet im Spiel 77. Dafür müssen bei Ihnen wie immer natürlich alle sieben Gewinnziffern auf dem Schein passen. Am Samstag war das bei keinem Spieler der Fall. Vielleicht ja heute. Weiter geht's mit der 46. Und gleich neun Spieler. Die hatten den Jackpot am Samstag ganz knapp verfehlt. Alle hatten einen einfachen Sechser auf dem Schein, aber leider eben ohne passende Superzahl. Dafür gibt es für jeden jetzt dennoch rund 192.000 Euro. Die nächste für heute ist die 40. Und jeweils 100.000 Euro aus der Zusatzlotterie Supersechse gibt es für insgesamt fünf Spieler. Zwei aus Baden-Württemberg und je einer aus Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Glückwunsch dazu. So, die vorletzte. Die 35. Ja, und sollten Sie am vergangenen Samstag Glücksspirale gespielt haben, dann lassen Sie Ihren Schein in jedem Fall noch mal nachprüfen und kontrollieren. Denn es gab ja eine Sonderauslosung. Und auch wenn jetzt kein Gewinn drauf war, kann das natürlich sein, dass Sie jetzt vielleicht um 10.000 Euro reicher sind. Die letzte Lottozahl ist die 45. Generell am besten eigentlich immer noch mal nachgucken lassen. Dann wissen Sie auch, ob die sechs Richtigen heute auf Ihrem Schein wirklich drauf waren, drauf sind. Ja, wenn das so sein sollte, wird es jetzt für Sie noch mal besonders spannend. Denn es geht weiter mit unserer Superzahl. Ich drücke an dieser Stelle noch mal ganz fest die Daumen. Viel Glück. Insgesamt sind es 10,3 Millionen Euro in der gesamten Ausspielung heute. Und wie gesagt, in der obersten Gewinnklasse wartet eine Million Euro. Für die sechs Richtigen von eben mit dieser Superzahl. Die 5. Damit stehen alle Gewinnzahlen fest. Und die gucken wir uns jetzt noch mal an in unserer Übersicht. Ganz in Ruhe zum Mitschreiben. Hier sind Sie die Lottozahlen in richtiger Reihenfolge. 6, 23, 35, 40, 45, 46 und die Superzahl 5. Weiter geht es mit den Gewinnzahlen der Zusatzlotterien. Die werden ja bereits immer im Vorfeld zur Live-Ziehung ermittelt. Und wie immer starten wir mit der Gewinnzahl im Spiel 77. Da gewinnt heute 0,1, 1, 6, 8, 2, 4. Und noch die Gewinnzahl der Lotterie Super 6. Da kommt sie 3, 1, 4, 0, 7, 4. Das waren sie unsere Gewinnzahlen für heute. Nachlesen können Sie immer nochmals alle Zahlen ganz in Ruhe auf lotto.de. Und damit sind wir durch. Das war Lotto am Mittwoch. Die nächste Chance gibt es wie immer am kommenden Samstag. Pünktlich um 19.25 Uhr geht es los. Und dann mit meiner lieben Kollegin Miriam. Bis dahin Ihnen allen noch eine schöne Woche. Tschüss, machen Sie es gut. Lotto 6 aus 49. Spielen beim Original.